Bild-KIs werden immer besser und erzeugen Motive, die man von echten Fotos kaum noch unterscheiden kann. Wie ihr aber trotzdem Fake-Bilder aus der KI entlarvt, erfahrt ihr in dieser Folge von CT Uplink. Hallo, ich bin Kevan Tunikaboni und bei mir ist mein Kollege André Kramer. In der vorherigen CT Uplink-Folge hat André uns ja gezeigt, wie man Bilder aus der KI mit Journey generiert und wie man schönere Bilder damit macht. Lass uns mal den Spieß umdrehen, André. Woran erkenne ich denn Fake-Bilder? Ja, soll ich das einfach mal sagen? Am Detail. Am Detail. Also ich muss gestehen, es gab ja dieses Papst-Bild mit dieser coolen Jacke. Ich habe weder Ahnung von Mode noch interessiert mich für den Papst. Ich habe es ehrlich gesagt nicht erkannt. Ich glaube, die CT-Redaktion hat dadurch die Marke Balenciaga kennengelernt. Okay, gut. Aber woran erkennt man, also bei dem Papst-Bild waren es ja die, also du hast das Bild sogar da, da waren es die Hände. Können wir es mal zeigen, ja. Also naja, es sind immer die Hände im Prinzip, das kann man schon mal Spoiler, die Hände sind meistens nicht so, also ja, ich meine das Bild, das kennt jeder, das kann jeder auch für sich mal selber versuchen zu beurteilen. Das ist halt so eine weiche Daunenjacke, die wirft so Falten und das ist ein sehr organisches Material und das kann KI eben besonders gut simulieren. Deswegen, man kann sich natürlich auch fragen, warum funktioniert genau dieses Bild so gut? Es gibt da für jedes, also das ist jetzt so quasi der Posterboy der Fake-News-KI-Bilder, aber es gibt natürlich auch sehr viele andere Bilder, die überhaupt nicht funktionieren. Und das sind dann meistens eher die technischen Motive. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen rangeht, okay, jetzt haben wir die Auflösung schon so ein bisschen unterschritten. Ups, da ist jetzt schon das nächste Bild, ja. Das ist halt die Live-Demo. Ja, genau. Ich war da jetzt nicht drauf vorbereitet. Du hast jetzt auf das Kreuz reingezoomt? Nee, ja, weil ich einfach, ich kann ja einfach das Bild nicht verschieben, deswegen muss ich jetzt einfach mal klarkommen. Man sieht zum Beispiel in der linken Hand, die trägt so eine Art Kaffeetasse. Ich weiß es nicht genau, was es ist. Die Hand ist kaum erkennbar. Es ist irgendwie verschwommen. So richtig hält da auch gar nichts fest. Vielleicht ist es auch irgendwie so ein Weihrauchschwenker. Keine Ahnung. Man sieht auch, die Brille, ja, die ist schon irgendwie erkennbar, aber irgendwo verschwindet die dann auch. Also das Rahmengestell, das ist dann eben nicht komplett geschlossen, sondern unten hört das einfach irgendwie auf, geht so in den Schatten über. Und an solchen Details erkennt man das eben. Also jetzt überhaupt nicht an dem Dauernmantel, der ist perfekt wiedergegeben, aber an so den kleinen, also vielleicht auch nicht hier an den Fingern. Die eine Hand sieht ganz sauber aus, aber wenn man jetzt genau auf die Ringe guckt, dann merkt man eben so, okay, die sind vielleicht nicht ganz geschlossen. Das ist so ein bisschen, ich finde die eine Hand, die jetzt nicht so gut gelungen ist, die sieht so ein bisschen aus, als ob das eine Wachsfigur bei Madame Tussaudi ein bisschen eingeschmolzen ist. Könnte man sagen, aber man soll sich jetzt nicht von diesem tollen Motiv blenden lassen, sondern wirklich auf die Details gehen. Also wenn man jetzt hier sich die Hände ansieht, also hier zum Beispiel wirkt die Hand ein bisschen verschwommen, das ist nicht so ganz richtig. Wenn man hier hinschaut, ja, mit ganz viel Wohlwollen ist das eine Hand, die was festhält. Aber da merkt man sehr schnell, dass da was nicht stimmt. Und was ich hier zur Brille gesagt habe, also wenn man näher hingeht, dann sieht man schon, da stimmt wirklich was nicht. Das Auge ist total verzerrt. Also das sieht irgendwie als Gesamtbild total super aus. Aber da hört es dann eben auch schon auf. Du hattest jetzt noch ein anderes Bild, wo du nochmal die Fehler sozusagen hervorgehoben hattest. Das ist dieses hier, ja. Das ist immer ein Motiv mit einer Frau in einem Café mit einer Kaffeetasse. Genau, da habe ich einfach mal versucht, ein bisschen zu markieren, was mir spanisch vorkommt. Und da sieht man eben hier links die Kaffeetasse. Da sollte man eigentlich, also die Frau ist eher so ein bisschen von oben fotografiert und man sollte in die Kaffeetasse reingucken können. Die Kaffeetasse ist aber eher so ein bisschen von unten angeschnitten. Und woran man es auch kennen kann, das sind so Details im dritten Bild ganz rechts, die Fensterflucht. So baut keiner Fenster. Das meinte ich mit der Daunenjacke, die gerade sehr organisch rüberkam. Organische Materialien perfekt, aber ja, Midjourney unterscheidet eben nicht ein Daunenkissen, das man biegen kann und ein Fenster, das halt von einem Ingenieur, von einem Architekten entworfen und von Fabriken, in der Fabrik hergestellten Bauteilen erstellt worden ist. Also und das ist eben entlarvend, da ist jedes Fenster unterschiedlich groß und auch in dem Bild unten Mitte, da sind verschiedene Lampen. Bevor du da weitergehst, also nochmal was du gesagt hast, also diese junge Frau, die abgebildet ist im Vordergrund, das sieht aus halt wie aus einem Magazin. Auch die Haare wirken gut, man könnte sich fragen, ob das jetzt mit so einem Pixelhandy fotografiert ist, von dieser Tiefenschärfe, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Aber halt eben diese Fenster, wie du beschrieben hast, die sind dann halt, ja das würde in der deutschen Bauordnung gar nicht durchgehen, weil die halt irgendwie alle unterschiedlich sind. Das Haus wäre wahrscheinlich längst zusammengefallen und irgendwie, wenn jemand zehn Lampen anbringt, dann bringt er die auch in einer Reihe an und die haben alle den gleichen Abstand und die sind nicht unterschiedlich hell. Das ist jetzt, was du meintest mit dem unteren Bild, was du eben sagtest. Genau, oder halt auch in einem Kühlschrank, also das ist, meistens stehen da irgendwelche Cola und Bierflaschen in Reihe und Glied und die sind alle gleich groß. Und ja, das muss, das ist so ein bisschen jimmig mäßig, das muss die KI noch lernen. Ordnung. Ordnung muss sein, der Mensch liebt Ordnung. Was ist denn bei dem linken Bild unten, da ist auch wieder so eine Frau, mal ohne Kaffee, das ist diesmal, was ist da schiefgelaufen? Ja, die Frau sieht eigentlich super aus, die Haare sehen auch super aus, aber irgendwie plötzlich an einer Stelle sind die Haare halt angefressen und da geht die Frisur plötzlich flöten. Erinnert mich so ein bisschen an den Terminator, der so halb angeschossen ist, dieser, dieser aus Terminator-Zweige. Ja, genau, fehlen auf das rote Auge. Also ja, der Teufel liegt im Detail, also du hast eingangs gefragt, woran erkenne ich das? Im Detail. Also es macht wirklich Sinn, wenn einem das Bild irgendwie spanisch vorkommt, nichts gegen Spanien, wenn es einem komisch vorkommt, ein bisschen ranzuzoomen, sich ein bisschen umzugucken, vielleicht im Hintergrund die Bilder oder generell den Hintergrund mal anzuschauen. Die einzelnen Details, passt das alles so zusammen und dann wird man schnell fündig. Also ganz unten rechts ist hier auch eine Frau, die hat eine gemusterte Bluse an und dann merkt man eben an der Naht, das Muster passt hier nicht so richtig. Also das ist nicht immer das gleiche Muster und eben genau hier, die Stoffbahnen, die unterscheiden sich da nicht plötzlich. Also da kommt dann nicht das Rückenteil der Bluse aus einer anderen Stoffbahn wie das Vorderteil, sondern das ist wahrscheinlich auch, würde es ein industrielles Erzeugnis sein, dann wird es auch überall gleich aussehen und das ist eben dieser entlarvende Punkt. Genau, also wir nehmen mit, sich nicht von dem tollen Hauptmotiv blenden lassen, sondern auf die Details gucken, auf Sachen gucken, die vielleicht eher technisch sind, die physikalisch, ob sie hinhauen, wie eine Naht oder wie eine Fensterfront oder so. Oder die Brille. Oder die Brille oder ein Ring, ob der tatsächlich so auf dem Finger gesteckt sein könnte und halten würde. Warum machen denn jetzt KIs solche Fehler? Waren da zu viele surrealistische Motive im Trainingsdatensatz? Also man weiß ja selber nicht genau, wie die arbeiten. Das ist ja irgendwie auch dieses Problem, aber Midjourney ist mittlerweile mit fünf Milliarden Parametern, mit fünf Milliarden Bilddatensätzen trainiert worden. Und das reicht anscheinend immer noch nicht. Es reicht noch nicht für Schrift. Man sollte meinen, es gibt so viele Bilder, wo Hotel draufsteht. Wenn ich jetzt sage, ich hätte gern ein Bild von einem Hotel mit dem Schriftzug, dann steht da trotzdem irgendwas, was so, keine Ahnung, es könnte so ein bisschen, ja, so ist das jetzt thailändisch oder ich kann es nicht erkennen. Also es sind nicht mal Buchstaben, geschweige denn, dass sich ein vollständiges Wort ergibt. Und so ist es eben auch bei diesen ganzen Details. Die KI, die versucht eben aus den vorhandenen Bildern ein neues zusammenzusetzen und schnappt sich da irgendwie verschiedene Elemente. Und das geht eben immer noch im Detail sehr oft schief. Also wenn man es auf den ersten Blick sieht, dann denkt man, boah, super. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da einen Trugschluss unterliege, aber im öffentlichen Raum haben wir sehr viel Schrift. Wir haben sowas wie Beschriftungen von Geschäften, Hotel, Werbung und so. Das heißt, ich könnte gucken, ist Text im Bild vorhanden? Das könnte so ein Indiz sein, wenn da keinerlei Schrift da ist, dass das ein Fake-Bild ist. Also das geht sofort schief. Das hat man auch kurz in der letzten Folge gesehen, wenn da irgendwie Schrift abgebildet war. Das ist, soll ich noch mal was zeigen? Aber das könnte ich, also das geht schief, meinst du, ich kann das tatsächlich als ein Kriterium um Fake-Bilder. Also das heißt, wenn... Ja, wenn Schrift zu sehen ist. Also ich hab mal, das ist dieses Punk-Cover, über das wir auch gesprochen haben. Ja, ne? Das sieht jetzt aus wie ein Dead-Kennedy-Logo so ein bisschen. Aber es sind halt nicht mal Buchstaben, sondern es ist halt einfach irgendwie ein Kauderwelsch. Man kann erkennen, dass die KI es hier probiert mit Schrift, aber das geht eben komplett schief. Okay, also das wären dann also Hände, Brillen, Details und ist Schrift da? Also die Frage ist, wenn man es jetzt wirklich mit einer Fake-News-Kampagne zu tun hat, wenn man irgendwas auf Facebook, auf geschweige denn Telegram, keine Ahnung, wenn einem die Familie irgendwas über einen WhatsApp-Chat unterjubelt und man sich denkt so, okay, das sieht jetzt irgendwie für mich komisch aus. Also meistens sind es so diese ganz expressiven Bilder. Es gab auch diese Bilder von Donald Trump bei seiner angeblichen Verhaftung, die irgendwie gleich mit dem Gerichtsverfahren da mitgeliefert wurden. Da wird dann an ihm gezerrt und der liegt halt halb auf dem Boden und schreit irgendwie und drei verschiedene Polizisten, also als würde er gevierteilt wie im Mittelalter. Und da denkt man sich so, okay, das ist so expressiv, so ist die Realität einfach nicht. Der wird dann abgeführt werden und wird halt ein bisschen betreten gucken und das wäre es dann schon. Und die KI, die macht daraus dann so, naja, wie Da Vinci ist das letzte Abendmahl, also wo halt so irgendwie jede Hand irgendwas zu bedeuten hat und so. Und so ist eben nicht die Realität, so ist kein Schnappschuss. Und dann ist aber eben die Frage, das habe ich jetzt erkannt, ich habe jetzt einen Verdacht und wie beweise ich das dann? Und das ist dann so quasi der Ruf, auf die Details zu gucken. Und dann eben zu sehen, so okay, da ist irgendwie, da ist ein Tisch, da steht ein Glas drauf, aber dieses Glas kommt mir jetzt irgendwie seltsam vor und so weiter. Ja, das sind doch schon mal ein paar gute Hinweise, wie wir erkennen können, ob Bilder fake sind. Und ansonsten auch, unabhängig, ob die Bilder aus der KI kommen, man kann natürlich auch mit Bildausschnitten aus dem Kontext zerren. Also lasst euch nicht emotionalisieren von solchen Bildern, sondern fragt da immer kritisch nach. Danke dafür, André. Und wenn ihr selber Bilder aus der KI zaubern wollt, dann verrät euch André in der CT Nummer 17 Tricks. Und ansonsten könnt ihr auch in der CT 18 erfahren, wie ihr lästige Passwörter loswerdet und stattdessen mit Passkeys sicher surft. Dann vielen Dank, André. Vielen Dank für euch fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne, welche Motive ihr aus Bilder-KIs gezaubert habt oder schickt sie uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.